Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, Rainbow Six Siege Randomizer mit Danny und Flo. Hallo. Ich darf Maestro spielen. Maestro habe ich nicht. Ich darf Clash spielen. Clash habe ich nicht. Ich darf Lesen spielen. Ich darf. Ich darf kein Lesen spielen. Ich darf Frost spielen. Das geht sogar. Die Waffe ist auf der Map ganz gut eigentlich. Ja. Auf der Map wäre mir ehrlich gesagt alle bei lieber. Alibi. Jäger. Jäger Maestro. Jäger Maestro. Ey guck mal da sind Lil Yami und Lil Faradence da drin. Jäger Maestro. Ja. Primates. Ja. Bei Primates gegen drei Primates. Weißt du was man da machen muss? Hier. Man muss Prioritäten setzen und über ein Hauswurf abstimmen. Nein nicht mich. Ich habe Primates primaten. Ja. 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 Bei dem. Du hast es. Du hast es. Jetzt hast du es versaut. Wer? Jan. Hat es versaut. Ja. Das sowieso. Hm. Wie. Guck mal. Wie er Fick geschrieben hat mit K. Macht oben hier das Hedge zu? Äh. Nein. Ah gut. Okay. Lassen wir es offen. Deploying heartbeat sensor. Irgendwann hat es doch hier gerade erst gepiept. Nicht da reinrennen. Nicht da reinrennen. Ich wollte auch gerade erst reinrennen. Ich bin da eben voll hingelaufen. Neu. Ich habe hier einen Blitz. Ich habe ihn mit der Goumine ausgetrickt. Mit der Goumine. Den zwar mal am Berg. Ich habe ihn mit der Goumine ausgetrickt. Ich habe ihn mit dem. Ich habe ihn mit der Goumine ausgetrickt. Ich habe ihn mit dem. Und ich habe ihn mit dem. wieder durch andere seite auf jeden fall als der weg geflogen hier musst du peaken ich sag's dir bester bester spot überhaupt du kannst du einfach durchgucken bis davon in den den gehst du nach oben mit mir wird schon oben also als alter ja achtung 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 aber der spot ist halt wirklich was ja im letzten moment den kill gestealt nein habe ich nicht doch hast du der war nicht du hast du nur getroffen ich habe den komplett alleine gemacht du hast ihm den kill gestealt was ich ihm oder er mir du hast sie mir gestealt weil ich hatte ich hatte in solo egal du hast ihn noch nicht mal verletzt warum wollte ich ja doch ich habe ich habe die punkte für injur bekommen ja vor allem der blitz durch hinter mir ich drehe mich um wirft das lichen ding hin du musst dir unbedingt in der folge angucken wie blackbeard eben durch das regal durch geflogen ist was das lustig war einfach wie gesagt ich guck so bei ich guck so blitz ins auge ins gesicht guckt mich so an läuft hinter mir her ich drehe mich um wirft das ding dahin er stellt sich unten an die treppe hin zieht das ding raus während dessen kommt ich und hebein eiskalt zehn kugeln in den kopf von hinten durch seinen scheiß helmen hey weißt du da hat man einmal smartphone über siri laufen und dann stellt man einen blau ein und es leuchtet jetzt pink ja gut dass ich dafür eine fernbedienung habe das ist das nicht über laufen lassen ja ich habe keine fernbedienung ich habe das also aus handy und halte über das hier ist ein großraumbüro sind die oder was ja mit echo und weil küre bakery meine ich stelle mich jetzt einfach hier auf den drucker und dann ist gut oder oder nicht hat jemand die camp schon weg gefrühstückt ja ja frühstück ja gefrühstückt du weißt wie ich das meine wo gibt es frühstück oder du weißt wie ich das meine ja ich weiß ich habe schallfahren feilschaden bekommen heilschaden schallf ach ich habe mich nicht in der die 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 Wer pusht mit mir über Balcony? Joll Ah Danny pusht Balcony, ok Danny? Ja, danke, boost LUL Ich hab dir hingeworfen Hat nichts gemacht Warte Roll, 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 roll Leute, da ist ein kleines Loch drin Ja wie Benzema, roll Benzema Fossil storage on the floor Fossil storage on the floor Ich hab gesichert Bio-Container secure Ja, ich, nein, nein, ich hab sie geflasht und deswegen konnten sie nicht pushen. Die Fans, so. Oh nein. Capcom, nein. Oh ja. Oder warum spielt ihr ein Lead mit dem Elefanten-Skin? Das sieht ja mal übel schwul aus. Wer? Wer spielt mit Elefant? Ich, mit dem Elefanten-Skin, Smokes. F.M.G. Okay, das ist wirklich schwul. Besser, bis sie deswegen ja auch mit Pink. Oder beziehungsweise Lila. Ich wollte gerade fragen, ob du farblind bist, aber dann hast du es noch korrigiert. Ja, ich bin leicht farblind. Oh. Bist du blind auf beiden Augen oder einfach nur blind? Nein, ich kann graustufen nicht unbedingt gut unterscheiden. Ich auch nicht, das sieht für mich alles rot aus. Für mich sieht schon grau aus, aber ein dunkleres, ein helleres Schwarz. Sieht für mich nicht aus wie schwarz, sondern wie grau. Ein hellschwarz sieht nicht aus wie hellschwarz, sondern wie dunkelschwarz, genau. Ach, Junge, Alter. Fack doch nie ab, Mann. Okay, ich sag's mal so, damit das jeder versteht von euch. Meine Tastatur, die ihr ja schon gesehen habt, die sieht für mich nicht wirklich schwarz aus. Die sieht eher aus wie ein grau. Aber weißt du was, das ist kein Nachteil. Damit muss man da einfach leben. Wir gehen hier. Der Sprinkgleinlage ist viel zu laut. Ich auch. Wenn die nicht da pieken, du kannst hier pieken. Du kannst hier pieken. Moog. Das ist Moog. Wo? Au. Ah, Glass. Okay. Penny, da sind welche, ne? Die musst du pushen. Da sind zig Leute. Da sind drei Leute mindestens drin in dem Raum. Ja, da wo ich verreckt bin. Da kannst du seitlich rein. Muss ich glass. Glasses rechts. Oh, Inshot. Ich auch. Bloi. Nein. Danny hat Glass injured. Ja, ich habe aber auch ein Injurer Assist bekommen. Glass. Ich habe ihn gesehen, aber ich musste nachladen. Ja, ich habe es gesehen. Gut. Battery geht es hier um. Glass ist weg. Ja, habe es gesehen. Bloi, da lag einfach jemand. Ja, aber komm, das sieht schon wieder gut aus. Der ist oben durch die Treppe runter. Oben durch die Treppe runter. Wenn die Lager oben noch läuft. Oder ist Kapkan oben. Nein, Kapkan ist Flo. Ja. Der ist Garage. Ja. Pfeier, Pfeier, Pfeier. Pfeier hat den Krankenwagen. Säule 1, ne? Hast du gesehen? Bei Säule 1? Was? Hinter dir, hinter dir ist noch so ein Teil. Was könnte ich? Du hast da eine Kapkan-Trap rangepackt. Da kann mir nichts passieren. Push dich an. Hinter dir, oder wo? Guck mal, okay. Na, warte, das will ich jetzt sehen. Ja. Oder haben sie dich gesehen? Also, er hat mich angeblich gesehen. Naja, egal. Aber da ist eine Kapkan-Treppe. Äh, äh, Trap. Trap. Ja, aber die kann er eigentlich nicht rein pushen. Wenn die sie jetzt nicht ganz sämlich anstellen, nicht? Äh, perfekt. Sehr schön. Das war doch ein schönes Match. Ja, fand ich auch. Ich hab fünf Assists. 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 Ich hab mehr Assists als das ganze Team sonst zusammen. Ey, aber ich hab Kills. Äh, vier Kills meine ich. Ich hab Kills. So. Jo, ich würd sagen, war ein geiles Mensch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Eingehauen. Ciao. 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 .